Wir können ja alles. Die Grundlagen wie Stehen, Laufen, Lieben, Leben. Können wir. Von klein auf. Groß sind wir geworden. Und erst unsere Schritte. Schneller, weiter, höher. Können wir alles. Können wir alles? Wenn es ums Sterben geht, sind alles Können und alle Größe dahin. Das CS-Hospiz Rennweg zeigt, so gut wir im Leben sind, so hilflos sind wir am Ende. Und an diesem Ende stellt sich die Frage, werden wir jemals lernen zu gehen? Eine Frage, die Unersprechliches anspricht und als Antwort nur die gefühlvolle Begleitung des CS-Hospiz Rennweg auf dem letzten Weg kennt, den wir sonst alleine gehen müssten.